Und dann kommt die Stange in Positur. Und im Prinzip zwischen den beiden ist es ein bisschen hell. Und das wird aber gleich dann kleinteilig, ganze Zelthaut rundherum an den zwölf Gerüststangen befestigt. Was Sorgen bereitet, ist böser Sturm, aber ernster Sturm. Wasser ist kein Problem. Wobei wir feststellen mussten, dass Acrylwolle, auch die Motten, haben es immerhin probiert. Was probiert die nochmal? Ja, das zu fressen. Das zu fressen. Ach, die Motten. Und? Hat sie nicht schmeckt? Ja, ich habe eben ganz schön gepflegt. Wenn ihr die Zelthaut jetzt gleichmäßig mal verteilen würdet, bevor ich anfange zu fixieren. Einfach so. Und da hinten, glaube ich, noch mal irgendein. Und bunt. Wunderschön bunt. Also genau meine Farbe. So wie das Leben. Ich weiß immer noch nicht, ob sie um 14 oder um 15 Uhr anfängt, aber Frau Meier ist da. Frau Dümke, die im Seniorendomizil die Beschäftigung macht. Ja, ja. Die Seniorenbeschäftigung. Die organisiert das. Sie macht Schnittchen. Und ansonsten weiß ich auch noch nicht so genau. Also eine ganz offizielle Öffnung, das ist richtig, oder? Ja, genau. Mit Bewohnern hier, Garten, Sonne, Tipi. So einfach ein bisschen vorbeikommen kann man auch, oder? Gerne. Sonntagnachmittag. Danke. So einfach ein bisschen. Erlos. Okay? Untertitelung des ZDF, 2020